Für einmal gibt es nicht Stars und Sternchen auf dem Papier gedrückt, sondern Gesichtergeschichten. Geformt und belebt aus Zeitungspapier von der Claunessa und Bühnenkünstlerin Horta van Hoyer. Ich bin immer so froh, im Sternenkeller zu sein. Ich glaube, das ist der dritte Mal. Kurz nach der ausverkauften Aufführung im Sternenkeller in Rüthi macht sie die seltene Papierkunst zugänglich. Sie hat uns auch ein bisschen instruiert, weil sie gesagt hat, so und so, und dann schaut ihr zwei, dreimal, und dann könnt ihr das auch. Und dann dachte ich, das probiere ich zu Hause mal aus. Und nachher habe ich nicht mehr gemerkt, also ich glaube, das ist dann schon sehr, sehr komplex, das dann nah anzahmen, aber ich werde es probieren. Das ist jetzt meine Figur. Und das ist allgemein, wenn jetzt etwas passiert, so, keine Panik. Einfach ein bisschen anrufen. Dann müsst ihr von innen, innen. Ich finde es einzigartig, weil man sieht so etwas, nicht ein zweites Mal, dass auf der Bühne Figuren entstehen und was sie aus dem Papier rausholt, finde ich einfach sensationell. Es kommt von der Bildtalerei, weil ich hier ganz viel in Ton und verschiedene Materialien geschafft habe. Ich denke nicht, dass ich sonst auf die Idee gekommen wäre, um das auf der Bühne zu formen. Das sind für mich Skulpturen, oder? Das kannst du natürlich in Stein nicht. Eines, wenn die Form fest sitzt, dann... Und das ist natürlich drum so faszinierend auf der Bühne, ne? Ja, und auch, weil das Gesicht von einem Mensch, das verändert ja dauernd. Auch. Die vielen Gesichter in einem Gesicht. Die vielen Gesichter in einem Gesicht.